Ja, wir sind heute hier beim Sponsoren-Event der Rostock Sea-Wolfs 2019-2020. So ein bisschen ist das ja das offizielle Einläuten in die neue Saison. Unsere Sea-Wolfs sind jetzt mittlerweile schon in ihrem offiziellen Training, wo alle Sponsoren und Partner, die heute hier zu Gast waren, die Möglichkeit haben, unsere Wölfe jetzt bei Speis und Trank mal zu beobachten. Und im Vorfeld haben wir über die neue Saison informiert, haben gemeinsam uns mit den Sponsoren auf die neue Saison so ein bisschen eingeleitet und freuen uns jetzt, dass es bald losgeht, denn am Wochenende, am 31. August, steht schon der nächste große Test in der Stadthalle auf dem Programm. Wir spielen gegen Rasta Vechta, 25 Jahre EBC, kommt gerne vorbei. Und jetzt kommt noch ein bisschen auf der Straße. Wir spielen gegen Rasta Vechta, 25 Jahre EBC. Untertitelung des ZDF, 2020